Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play Final Fantasy X. Ich bin Puck und mein Allergie hat ein bisschen durchgeschlagen. Das heißt, wenn ich zwischendurch kurz weg bin oder ihr Nießnerd, dann war ich das einfach mal so. Ganz stress nonchalant. Wir sind in der letzten Episode noch davon gelaufen, vor den Guados, die auf Ablehnung nicht so unbedingt gut reagieren. Gucken wir mal, wie es jetzt weitergeht an diesem Meeresgrund. Okay. Gut, deswegen ist es so, dass du den Überblick hast. Ich bin ein bisschen mehr aufgerätig. Wir sind alle auf uns, weißt du? Ein Lektor. Nein, nein, nein. Einfach eine Begegnung. Du solltest auf die Verkunft in deinen Freunden stellen. Aber du kannst nicht erwartet, dass jemand dich immer wieder zu retten. Du würde gut sein, wenn du das. Klingt etwas genervt von dem guten Oran, aber egal. So, da bin ich wieder. Aber wie gesagt, so eine Allergie wünsche ich echt keinem, nicht mal mit dem ärgsten Feind, irgendwie. Das haben wir wenigstens gut hingekriegt, habe ich so das Gefühl. So, da bin ich wieder. So, da bin ich noch nicht. So, da bin ich noch nicht. So, da bin ich nur noch drin. So, da bin ich immer noch nicht. So, da bin ich immer noch nicht weggelebt. Aber jetzt bin ich ein Traitor. So, da bin ich nicht. So, wie kann das passieren? Es ist nicht Riku's fault. Glaub mir, deine Glaubensprobleme sind nicht schlimmer als meine Allergie, da komm mal ab. Ja, unbedingt. Kimari, auch. Also, wir fallen da an mehreren Gründen ein, aber egal. Also, wir fallen da, um die Glauben zu geben. In Bezug auf den Brunnen? Ja, wenn das so ist. Also, was hat Seymour gesagt? Er hat nichts gesagt. Jetzt, ich glaube nicht, dass es nicht wert ist. Ich sollte dir sagen, dass ich... Den Spruch habe ich auch schnell gehört. Ich hoffe, ich habe auch schon gehört. Ich habe es nicht gesagt, dass ich so gesagt habe. Unsere sofortige Begegnung ist Yuna's Pilger. Sie sind bereit, sich weiter zu gehen? Ja. Aber dann, glaubst du, Yevon wird es ermöglichen? Die Hoffnung sind diejenigen, die Macht zu den Summonern geben. Nicht die Tempel oder die Lehrer. Wenn die Tempel versuchen, uns zu stoppen, dann werden wir Yevon definieren, wenn wir müssen. Ich kann nicht glauben, du sagst das! Ist das eine? Halt mich nicht. Wir müssen uns aufzunehmen, um zu den Schulden zu haben. Natürlich ist es nicht so, dass ich niemals liebte Frau Seymour. Keine Ahnung, dass ich ihn niemals verabschiede, für ihn zu töten Nord-Gisco. Und für uns zu tun, auch zu tun. Aber trotzdem, ein paar von uns gehen gegen Yevon? Keine Ahnung! Aber trotzdem, wir haben uns überraschert. Wir müssen uns aufzunehmen. Wir müssen nach Bevet gehen. Wir müssen mit Meister Micah sprechen und erklären, was passiert. Es gibt keine andere Art, wie ich denke. Ich bin klar. Herr Oran? Also, es ist entscheidend. Willst du mit uns kommen? Ich bin der Problem-Maker, nachher. Ja, das ist richtig. Du kannst immer an Arran aufhören, um zu komplizieren. Ja. Ja. Komm schon, Loris, und Oran fliegt. Und... Ich habe nie gefragt, dass du mich folgern hast. Hey, aber das ist das, was Freunde sind für. Genau? Ja. Danke. Wie fühlst du dich? Hm? Nee, das ist das. Jede. Wie kann es aussehen, wie nichts ist falsch? Er hat Angst und Angst oder was? Du bist zu grüßen. Es klub an ihn und warte. Also mir persönlich geht die Hymne eher auf den Sack grad. Es gibt viele Schöne, die in Final Fantasy spielen, aber das ist grad sehr nervig. Mal ganz davon ab, dass ich mir irgendwie sehr sinnlos vorkomme. Das ist fast wie eine Visual Novel und ich bin nur am... ...Intern Loots machen. Obwohl du unbedingt speichern, ich hab keinen Bock noch mal diese... ...Cutscenes hinter mich bringen zu müssen. Vor allem, da es hier keinen Speedhack gibt, keinen vernünftigen... ...mit dem man irgendwie... ...im Off-Wert etwas schneller machen könnte. Ohne Witz, ihr schreit doch alle ganz laut Mutti, oder? Irgendwie wieder die Übersetzung ohne Witz lächerlich. Ich bin sicher, dass Maester Micah uns zu hören wird. Gott, bist du naiv? Ich bin sicher, dass ich diese Song singe. Hm, ja, über und über. Haha, aber nicht so gut, das ist sicher. Ein weiteres Schreit. Ein weiteres Schreit. Was? Du warst nicht? Das ist das Sperer? Das ist das Sperer. Das ist das Sperer. Das ist das Sperer. Ohne Witz, hast du aus dem Zander gemacht? Are you? You homesick? Maybe. Say, how did you get to Xanarkand anyway? Sin? Uh-huh. I thought so. That proved it. Sin was the link between Xanarkand and Spira. Which means, if we kill Sin, I'll never be able to go home. Was ein Glück. Ich weiß, dass das Problem ist. Wäre egal. Was ist denn Glück? The fuck? Was ist das? The Toxman, watch out! It was then I knew that Sin really was my old man. For the first time, for the first time, I was finally able to believe it. The song you are listening to, what is it this time? What is it this time? Oh, you're homesick too? Oh, and you're homesick too? That's not your world anymore. That's not your world anymore. You're Sin now. Hey, I'm older now. You know? I know. You want this to end. I'll find a way. I promise. Wo sind wir nur gelandet? Is ja sehr wüstig hier. Geradezu wüstig. wüsstig besonders kämen hier schon schutz truhe so um sitzt und mir ist doch mit nach den vielen cutscenes machen wir jetzt erst mal break denn wie gesagt ich glaube ich könnte fast nur die katzen zander rein und es würde schon ein film ergeben wie noch sei bis zum nächsten mal bis dann tschüss